Willkommen zur Roadmap für den Monat Juni 2024. Gerade der Artikel veröffentlicht, schon gucken wir uns den an. Die Roadmap ist dieses Mal, joa, ganz interessant eigentlich. Dahingehend, das Highlight eigentlich schlechthin, nach wie vor die 101 und die 218, die bald released werden. Und es ist ein neues deutsches Log-DLC mit dazugekommen. Und zwar im Bereich 4 bis 6 Monate. Wir wissen noch nicht, welche Log das sein könnte, aber die wird dann auf jeden Fall von DTG gebaut. Ja, genau. Also das schon mal das Highlight schlechthin. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal nach und nach an. Wir werden gleich in die Tiefe reingehen, was die 218 angeht, aber auch die 101. Ansonsten Background Project, Brief Updates on Project we haven't discussed recently. Da gucken wir auch gleich rein, was da so steht. Summer Core Update, das wird noch ein großes Update kommen, was vor allen Dingen den deutschen Bereich angeht. Das wird noch kommen. Suspension, das kennen wir ja, PC Editor und City Transport Simulator wird auch noch erscheinen. Ja, genau. Was ist hier? Hier ist die Sachen, die sich dann im Vergleich zur letzten Roadmap geändert haben, aber das haben wir jetzt gerade schon gesehen. Dann Note on Add-on Timelines. Also hier steht so ein bisschen was über, was diese Zeiträume bedeuten. 0 bis 3 Monate, 4 bis 6 und Release Date TBC. Also Release Date TBC heißt im Grunde genommen, dass man nicht genau weiß, wann das Ganze erscheinen wird. Und in diesen 0 bis 3 Monaten ist es halt einfach klar, die Projekte sind nahezu fertig. Da hat man schon intern zumindest ein Datum oder mehr oder weniger und weiß dann schon, wann das Ganze dann kommen wird. Genau, wir kommen zur Roadmap. Hier wird einmal ganz kurz erzählt, was zuletzt released wurde. Cargo Line Volume 2. Haben wir uns jetzt nicht zusammen angeguckt, werden wir auch nicht. Was wir uns aber zusammen angucken werden, wird wohl KevCards Circle Remastered sein und die Scotch Rail Class 380. Und zwar das Fahrzeug hier, wo ist die 380? Da, da sehen wir die 380. Die wird da neu mit dazukommen. Das Ganze werden wir uns natürlich zusammen angucken. Es wird ein neuer Fahrplan kommen. Das Ganze wird auf TOT 4 abgegradet. Neuer Fahrplan eben. Ja, generell ganz, ganz viele Verbesserungen. Also die Strecke wird wirklich sehr, sehr schön werden. Das Ganze werden wir uns dann zusammen angucken. Wenn das Ganze released, wird jetzt aber nicht Fokus. Ja, hier auf diesem Kanal sein. Aber wir werden definitiv mal reinschauen. Sogar Dampflokfahrten auch mit dabei. Die Flying Scotsman wird auch mit da sein. Also auf jeden Fall viel, viel los. Und das ist schon ein krasses 3D-Modell, oder? Das man hier gebaut hat. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich würde sagen, wir gehen aber weiter. Und schauen uns mal an, was zur 2.18 steht. Es gibt ein paar brandneue Bilder zur Baurei 2.18. Hier sehen wir sie im Schnee mit N-Wagen hinten dran. Die 2.18 443-7. Ich weiß nicht, auf welcher Strecke das ist. Das könnte die Maintalbahn sein, ne? Ja, doch. Sieht nach Maintalbahn aus, genau. Hier auch ein Bild vom Führerstand. Texturiert mittlerweile. Ah, das sieht herrlich aus, ne? Großdiesellok. Endlich die erste Großdiesellok im TSW, die wir haben. Wird bald erscheinen. Genau. Und genau, die 2.18 wird dann auch im Maintalbahn-Fahrplan mit drin sein. Also nicht nur Hamburg-Lübeck, sondern eben auch Maintalbahn. Statt der 642 dann. Und Mike Golds von TSG hat auch ein bisschen was dazu gesagt. Das Ganze können wir uns eigentlich übersetzen lassen. Dann muss ich da nicht die ganze Zeit selbst hin und her übersetzen. Also der Maintalbahn-Fahrplan ist eine Kopie des Originals, wobei einige der Lokomotiven nicht die 642 sind, sondern die 2.18. Es wird eine Push-Pull-Konfiguration mit nur drei Dostos verwendet. Das heißt, wir können Dostos eben fahren. Dabei handelt es sich um die Dienste, die als eine Art Test eine recht kurze Zeit auf der Strecke liefen. Da wir Gameplay brauchten, dachten wir, wäre es schön, es dort zu haben. Also tatsächlich realistisch in diesem Sinne. Die Sounds. Dazu sagt Mike Golds folgendes. Derzeit sind die Sounds in unseren Builds Platzhalter, während wir an deren Implementierung arbeiten. Ich habe echte Aufnahmen eines Lokführers gesammelt, die wir verwenden möchten. Und wir prüfen, ob wir mehr Audio für die Motorgeräusche erhalten können. Also das Ganze noch Work in Progress über das Modell der 2.18. Da gab es nämlich ein bisschen Kritik, dass das Modell nicht ganz so gut ist. Wir haben darin gearbeitet, bei der 2.18 ein hohes Maß an Details umzusetzen, insbesondere im Außenbereich als Hinweis. Wenn Sie sich hineinbewegen, gehen Sie normalerweise davon aus, dass Sie sich in einem offenen Raum befinden, in dem alle Motorteile sichtbar sind. Da wir dies jedoch nicht reproduzieren können, werden Sie eine Wand mit geschlossenen Türen bemerken auf beiden Seiten, wie diese Vision einschränken wird. Das heißt also, der Innenraum ist in diesem Sinne nicht begehbar, der Motorraum. Wie es sonst normalerweise sein würde, aber dann ist es halt so. Es wird aktuell nur die verkehrsrote Lok geliefert. Da ist jetzt kein Plan, da noch weitere Loks da mitzuliefern, beziehungsweise eben keine anderen Lackierungen. Aber es gibt vielleicht in der Zukunft noch Pläne, da eventuell noch die eine oder andere Lackierung hinzuzufügen. Aber erstmal wird es bei der verkehrsroten Variante bleiben. Natürlich wird das Ganze im Livery-Designer unterwegs sein. Zum Thema Substitution, also ob man die Lok einfach in anderen Fahrplänen benutzen kann. Da die anderen Lokomotiven in der Regel doppelt so stark sind wie die 218er, haben wir derzeit keine Ersatz-Lok, also keine Substitution eingerichtet, da eine einzelne 218er nicht ausreichen würde, um diese schweren Züge in Bewegung zu setzen. Genau, also die 218 wird erstmal nicht substituten. Und ein paar Key-Features, die 218 sind Serie 400 mit TB11-Motoren in Verkehrsrot, N-Wagen in Verkehrsrot mit dem Diesel-Karlsruher Kopf, neuer Fahrplan oder im Fahrplan-Modus für Hamburg-Lübeck unterwegs. Vier Szenarios, die da mitgeführt, mitgebracht werden. Zwei Tutorials im Training Center und zwar einen für die 218, einen für den Steuerwagen und den Journey-Modus wird es natürlich auch geben. Hier nochmal der Steuerwagen nach Miltenberg und hier die 218 vorne dran in Miltenberg. Ach, das sieht schon wirklich, wirklich toll aus. Ja, also Release-Status kann noch nicht ganz, ja, 100% gesagt werden, aber hier steht, dass es der nächste Release sein wird für TSV4, also schon recht bald eigentlich. Dann zur Expert 101 und dem Steuerwagen. Lukas, Lukas Klimczyk hat hier auch ein bisschen was erzählt über den Steuerwagen und die 101. Da sagt nämlich Lukas dazu folgendes. Seit Beginn, sein Projekt begann mit der Idee, was wäre, wenn man alles tun müsste, was ein echter Lokführer tun muss. Um dies zu erreichen, haben wir neue Bereiche erkundet, die es im TSV noch nie gegeben hat und neue Techniken und Ansätze für diese vielen, viel tieferen Ebene der Funktionalität entwickelt und dabei die Grenzen dessen, was wir simulieren können, erweitert. Und dann sehen wir das Ganze hier mal im Blueprint, im Simograph. Das ist der Wahnsinn, was hier alles so mit drin ist, was verbaut ist. Und das ist wirklich nur dieser kleine Teil, wirklich nur so ein kleiner Teil hier vorne. Und so sieht das Ganze eben von weiter weg aus. Also es ist wirklich verrückt, was da alles mit verbaut ist. Am Ende hatten wir eine Lok mit einem vollständig detaillierten Maschinenraum, in dem alle Unterbrecher und Ventile funktionieren, mit denen ein Lokführer interagieren würde. Schließlich findet hier ein Großteil der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Lok statt. Dazu gehören Ölpumpenkühler bis hin zu PZB-Ventilen am Bremsträger. Und hier steht dann, um dieses Detail optimal nutzen zu können, verfügt die Lok über ein zuschaltbares Fehlersimulationssystem. Das heißt also, es wird Fehler geben. Hier können zahlreiche unterschiedliche Fehler auftreten. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden damit nicht allein gelassen. Es wird ein Handbuch geben, zur Verfügung gestellt werden, in dem die Lösung dieser Probleme erläutert wird. Vom Ausfall von Fahrmotoren über PZB-Ausfälle bis hin zu einer Kaskade von Ausfällen, wenn bestimmte Systeme andere Systeme außer Gefecht setzen. Alles wird auf den Digitalanzeigen und Tafeln der Züge korrekt angezeigt, sodass jede Fahrt zu einem neuen Erlebnis wird. Genau, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Variabilität geben. Es wird nicht langweilig. Zuerst im TSW haben wir jetzt ein LZB-Eingabefeld, das die Eingabe von Werten für Höchstgeschwindigkeit und Bremsrate, also Bremshundertstel erfordert, um PZB-LZB auf einer höheren Ebene zu simulieren. Genau, und das Ganze wird, da wird es aber eben Manuals für geben, ZDE-Panel, genau, PZB-Modus, das erfolgt keine Umschaltung wie bisher. Für alle, die das für zu viel halten und vielleicht einfach nur den neuen Steuerwagen erleben wollen, für diese Log, gibt es auch die Menüeinstellung, dass man wirklich in diesem einfachen Modus auch fahren kann. Genau, also auch so viel dazu, kein Release-Datum, aber es kommt bald dann. Hier haben wir Rivet Games Update, das überspringen wir mal. Background Projects, das finde ich ganz interessant. Zu Skyhook, hier steht, die arbeiten weiterhin an der Scotch Rail Class 158. SimTrack arbeitet weiterhin an der 104, also britischen 104. SimTrack arbeitet ebenfalls an einer deutschen Log. Ja, die ist immer noch Work in Progress. Köln-Aachem Fahrplan ist immer noch im Bau von Joe, der ist allerdings gerade mit Kevcut Circle beschäftigt. Dementsprechend gibt es da gerade keine neuen Nachrichten. Und San Bernardino interessiert mich persönlich jetzt auch nicht so sehr. Dann, Sommer Patch, gab es ein großes Patch, was das britische Rollmaterial angeht. Suspensions Improvement haben wir auch hier wieder ein neues Video, das so ein bisschen die Suspension zeigt. Hier mal mit der Class 08 und der Class 47. Wir sehen das dann hier, wenn das Ganze einmal nicht so drüber geht. Ja, also schön, wie sich da alles bewegt. Und dann wird dann zum Schluss auch noch auf MPPC-Projekte hingewiesen, dass allerdings jetzt nichts, was in irgendeiner Form von DTG herausgegeben wird, sondern das sind eben entsprechend, ja, die Projekte. Train Simplay, wer ist das denn? Keine Ahnung. Und City Transport Simulator wird bald erscheinen. Auch da gibt es ein Roadmap. 20. Juni kann man, glaube ich, mittlerweile sogar vorbestellen. Ja, also soviel zur Roadmap. Kurz, knackig, bündig. Wir haben eine neue deutsche Log, die angekündigt wurde. Und alles andere werden wir dann sehen im Laufe der Zeit, was da noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.